jetzt ist bloß die frage mit was hätte ich gern auch noch in blau instig noch ja ich glaube wir nehmen die ist noch mehr als im vierteil die frage passt in vier teile auf Jungen Block Was ist blaues Drago Kicks Beispiel Nissen So Über dem Einfach ein Foto Beweisen Jetzt mal schauen Hier drauf bringen Ok, nie im Leben Da muss ein Waggon weg Oh Sieht's doch nicht schlecht aus Ich Gehe ich jetzt Und dann könnten wir hier Irgendwas Schnelles Wir gucken erstmal Was gibt's denn bei den TRI Vom Achtung Lock wird benötigt Das ist Der absolute Bullshit Noch was hier beginnt zu lassen wo beginnt und hier beginnt mit schnellen habe ich da hinten schon tgw habe ich auch schon ich kann den hier aber d1 ist zu lang d3 habe ich hier auch schon genug real cargo nn bb r 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 Das hab ich noch gar nicht gesehen. Auch sortiert, oder? Da haben wir Alphabet. D, H, I... Ja, das ist sortiert. Ich hab hier nix mit Braille-Shit. So. Okay. Da speichere ich mal lieber. Wir sind ja fertig. Spiel speichern. Was jag ich da drauf? Hm. Roten? Auch mal zwei. Hm 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 bevor ich hier irgendwas kauft haben sie an der müll 100 fahren die bloß glaube ich dahinten ist großraum wagen zwei tippen intercity verkehrsroth erste klasse abteilung das ist ja der unterschied der hält länger ok großraum nähe das sieht besser aus vierte klasse gebogenes dach warum habe ich da so viele von vierte klasse 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 8, 3, 5 Hier passen mehr Leute rein Gut We're taking streets Better Mh, 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 mh. Mh, mh. Muss dran warten. Geht aber gerne nochmal. Solche. Ja kommt hoch, dat 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 kommt hoch, das ist ja noch frei. Hier. Hier hab ich doch die blauen. Hä? Ach hier auch. Aha. Hm, jetzt hab ich's schon gekauft. Ja, machen wir die ohne. So. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6. So, 2 Locks. Wo waren die denn? Die waren ziemlich weit unten, glaube ich. Ja, hier. Und das ist so. Duuuck. Seegastmühle. Jörgsheim. Ich hab das nicht angezeigt. Jetzt. So, einmal rausfahren bitte. Hier auf freie Wege. Hm. Hier ist doch keiner drin. Hm. Hä? Okay. Irgendwas ist nicht elektrifiziert. Ich glaube ich weiß auch schon was. Ja, was. Jetzt gucken wir uns den Zug an. Das Bad Bistro. Mhm. Hä? Warum fährst du jetzt da rüber? Äh. Ähm. Ich hab dich nicht da rüber gestickt. Ähm. Oh, 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 er fährt schon los. Ich halte mir das mal im Auge. Hier kommt nichts. So, er beschleunigt. Nicht legen, danke. Oh. Ja, ich muss hier noch die Busse umändern. Okay, hier hat sich was angesiedelt. Oh, geil. Unten fährt Metronom durch. Genießen wir doch einfach mal die Fahrt. Das Meeting ist. weiterem ansehen das ist auf jeden Fall geil das ist auf jeden Fall richtig cool 196 hat er schon drauf 200 können wir erfahren die Frage schaffen wir die 200? nein wer hat da vorab geblämpft aber wir kommen auf jeden Fall ans Limit ran die Einfahrt nach Stegas Mühle Stegas Mühle führen eigentlich plus Brücken außer hier das ist die komplette Brückenstadt weil ich wollte einfach diesen erhöhten Berg weil das sah so geil aus als die Hochhäuser hier noch nicht waren so der müsste jetzt hier genau reinpassen guter sogar perfekt so dann können wir wieder zurück halt stopp können hier unseren anderen Freund rausholen äh ja Xybin noch keine Freifahrt doch du müsstest aber nicht richtig heiß einfangen so ich habe den jetzt angehalten denn ich möchte es immer so dass die Züge zur gleichen Zeit an den beiden Endbahnhofen sind oder Endbahnhöfen ähm deshalb stopp ich immer den einen und lasse sie dann gleichzeitig an beiden Bahnhöfen losfahren und da es halt die gleichen ähm Züge sind wo dürften sie sich eigentlich nicht viel geben also ich hatte immer das Problem dass ich halt viele unterschiedliche Züge genommen habe am Anfang und deshalb immer der Takt durcheinander ging ja das ist natürlich auch schön hier der Zug hier wartet der fährt ein der fährt ein schön so hier wieder die Abfahrt von Zegers Mühle oben der Fernverkehr und die Regionalziege ist auch nicht schlecht hier musste ich auch lang rumtüfteln ähm ich musste diese Strecke hier weitermachen die ging früher hier geradeaus runter die müsste ich ein bisschen größer machen äh denn ich wollte hier anfangs ne Brücke drüber machen aber das geht vom das ging vom Winkel her nicht so ne Brücke und ähm deshalb musste ich mir dann was anderes überlegen und kam dann schlussendlich auf diese Lösung ja aber bin ich genauso spitzenmäßig wie die hier muss ich ehrlich sagen weil die Züge werden sich auch so gut wie hier treffen ne hier scheinen die Mitte zu sein das sieht auf jeden Fall nice aus das sieht richtig aus mal gucken ob er in diese Richtung auf 200 kommt so ob er da auch davor abbremst eigentlich müsste er jetzt genauso wie auf der anderen Seite auf 199 kommen ok aber er war nur ganz kurz auf 199 kann natürlich auch mit den Steigungen und alles zu tun haben toll jetzt gucken wir es hier nochmal an da muss er dann halt doch schon hart abbremsen aber ich finde es auf jeden Fall eine gelungene Strecke muss ich ganz ehrlich sagen da gibt es deutlich schlimmere hier auf der Map so was habt ihr jetzt für ein Problem muss ich euch sozusagen eine neue Route geben jetzt pass auf hier kommt erst mal weg und für die 14 kommt es jetzt zu hin und für die 18 ja warum ähm ähm ich habe wo willst du überhaupt hin wo willst du überhaupt hin wo willst du jetzt einfach blind drauf los ähm äh äh Periz dürfte doch eigentlich noch alles gehen hä Okay, das versteh' ich jetzt nicht. Mich interessiert's aber, wo der denn hin will. Also, ich hab' gerade keine Worte für das, was hier passiert, denn ich hab' die Strecke eigentlich andersrum geplant. Zeig' mir nicht, du fährst in den Bahnhof rein. Ich hab' gerade nicht mehr das, was es, es geht weiter. Das war's. Ich hab' gerade 195 für dieses Jahr, oder? Das war's. Der wird dir sie vernetter, oder? Oder? Das war's. Das war's. Okay, wo zum Fick willst du hin? Sorry, dass ich das jetzt gerade hier so reinschmeiß, aber der Zug gehört eigentlich auf die andere Seite. Ich weiß gerade nicht, was er da macht. Tut mir leid. Und... Ich bin sicher. Ich bin sicher, oder? Äh? Über Autozug würdest du bitte? ... ... ... ... Was krieg ich denn hier? Okay, dann muss ich dann auch nochmal hin irgendwann. Lieber Autozug, sag mir bitte was du vorhelfst! ... 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 Mal, dass da kein Zug kommt. Kein Monatshuklaar. Okay, natürlich bekommst du Vorfahrt vom Person.